Ja, hallo erstmal und bitte Herste. Willkommen, ob man keine Ahnung hat. Ich bin der Terra. Wir sind hier jetzt einfach mal unterwegs und auf keimenden Widerstand zu erledigen. Aber wir haben gesagt, in der letzten Folge würde ich ja noch diesen 28 Meter machen. Diese Aufträge sind so leicht, ich könnte sie selbst machen, wenn ich Lust hätte. Okay, Vertrag. Der Herste von Burgund. 4 Stunden, 14 Minuten. Die Tausend Augen. Okay, ist eine tägliche Quest, ne? So, hier muss das irgendwo so 18 Meter über uns. Äh, finde ich nicht, dass es um die Tür zu öffnen. Halt schon, schon gesehen hier. Durch, durch, blim, 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 blip, da liegt er doch. Jo. Holachala, holachala. So. Äh, das sieht alles verschlossen aus, ne? Holer. Wart mal. So. Jungs, wir warten mit reinkommen, dann kommt mal mit. Können wir, glaube ich, auch so kaputt an, ne? Ja. Äh, was ist hier? Zum Gedenken. Unser lieber Allermann ist zuletzt in Ruhe gebettet worden. Gesalbt und ein einfaches Tuch gehüllt. Ach, in ein Jahr. Wurde seine irdischen Überreste in heiligem Boden begraben. Sein ehrwilliger Kopf in Richtung der aufgehenden Sonne gerichtet. Mhm. Denn Osten wurden sie ja immer bestattet. Oder wird ja heute, ne? Äh, kann man nicht sagen? Ja, gut. Mößen er irgendwie hochkladet. Ja, okay. Mößen er irgendwie reinkommen, ne? Plönen? Adheret lumbare ad furure de hominibus quasi sterpus super rudit as cabra cuyus. Ja, ja. Ist doch gut, Jungs. Ich wollte doch bloß mal in der Kirche reinkommen. Aber das ist noch nicht das Geheimnis, ne? Tür verriegelt. Sie wurde wohl verriegelt. Ja. Oh Mann. Von der anderen Seite. Irgendwie müssen wir aufschregen, das Ding. Kommen wir rüber? Nöööö. Natürlich nicht. Oh, die Schreine draußen. Ich muss schon mehr. Mann, Mann, Mann. Äh, okay. Boah. Mach auf. Äh, ja. Okay. Warum haben wir die nicht gleich aufgemacht hier? Verstehe ich jetzt gar nicht. So, da sind die Türen, da ist einfach zum Lesen, da ist die Tür. Zehn Meter über uns. Also müssen wir... Hoch da. Ist wieder 13 Meter unter uns. Na ist ja schön, ist ja schön. So. Ah, da sind wir noch eine rote Tür, sehe ich gerade. Hä? Kommen wir hier lang? Da ist der Schatz, ja. Hat er im Kreis was rotes gesehen? Ach da. Steh mal auf. Ach geht nicht, okay. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Na komm mal hoch. So. Man soll ja auch durchs Fenster schießen können. Oh ja, 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 ja. Ist nur die Frage. Von hier? Aber jetzt können wir nicht schießen, ist doch... Blä, 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 blä. Aber kommen wir hier vom Dach aus? Warte mal. Hä? Hä? Hier durch? Näääääää. Hier kann man nicht, ne? Näääää. Huuuuhuuh. Jetzt machst du von alleine. Mmmh. Von hier aus.... Aber ich kann auch von hier aus das Ding nicht anschießen. Warte mal. Das ist da unten. Äh, ja, ja, ja. Gut versteckt. Da unten kann sie nicht stehen, ne? Denk ich mal. Da unten. Oder müssen wir gleich von innen Luke aufschießen? Kann das auch sein? Oh mein. Äh, 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 ja. Na? Hä? Ach komm, hoch mit dir. Hoch! Warum willst du nicht hoch? Blöde Punzel. Können wir nach da hinspringen? Ah ne, geht's runter. Da, okay. Magister Armschiff. Schön. Rüstung finden. Ja, am Teil an welchen Rüstung des Absatzes. Fettigastpunkte. Zwei Stück. Ah, stimmt. Da war ja auch noch was. Oh Gott. Das ist, als wenn ich jetzt ganz zum Anfang spiele. Hier, den haben wir neu gekriegt. Haben jetzt drei Stück. Magister Armschienen. Was ist das hier? Handschuh des Verborgenen. Magistersatz 0 vom 5. 24 Rüstung. Was haben wir jetzt hier? 31. Wir lassen doch mal drinnen, ne? Okay. Fertigkeiten. Ach Gott. Stimmt. Ja, da war ich nicht hier mit dem ganzen Ausbau, ne? Das war jetzt also nirgendwo mit einem Spiegelstrumpel. Oh, da hat er etwas Stiels während du schleißt und unendet. Aha. War Rotangriff, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was hat das hier? Schleichen, Schleichen. Schaden, okay. Paradeschaden. Schwerer Schaden. Weg des Bären. Was hatten wir hier? Äh, verleiht ein Ausnahmsstück. Und die zu Bärenpasse ein. Bonus, okay. Ah. Betäubung. Und. Auch wieder Weg des Bären. Wir haben ja in Inventar keine Bären eigentlich, ne? Das ist Rabe, Rabe. Die Blauen sind Raben, ne? Ne, Jäger, okay. Jägerarm, Schie. Jägerhose. Hundenbogen. Grabaxt. Gehört auch wieder zum Rahmen, ne? Ah. So, was ist das hier? Das Gelbe? Was war das alles? Moment. Die hängen ja auch zusammen. Oh, okay. So. Schleichangriffe. Schaden. Was gab's uns? Ach, hier, das waren die Antrenalin-Punkte, ne? Ah. Fähigkeiten-Schaden. Okay. War das vor allem hier auch schon so viel? Guck mal, was hier noch alles ist. Geschossumkehr. Gab es damals auch schon so viele? Äh, was ist das? Überlebensinstinkt. Halte bei einem. Unter einem Drittel Gesundheit gedrückt, um dich etwas zu heilen. Okay. Ja. Schau, ich glaube, ich habe das. Achso. Und auf Halt. Und dann springt nicht geblockt werden. Die wirft Gegner. Zurück kostet aber Ausdauer. Okay. Okay, okay. Was ist das? Mächtiger Ruderschlag. Oh. Oh. Schau, ich habe das Fernkampf. Ich glaube, da sollte ich nochmal in aller Ruhe reinkommen. Nicht bei der Aufnahme. Das ist, glaube ich, jetzt für euch eher uninteressant. Ich wiss es nicht. So, Rot, äh, wir können zwei Punkte verteilen. So, äh, was ist hier? Paradeschaden. Ist jeweils am Ende für eingedacht, ne? So. Den können wir, nahe Kampfschaden. Was ist das hier? Warte mal. Hammer, vielleicht die Beherrschung von. Hey, man. Aha, hey, man. Wie geht das? Ja, haben wir keine. Wo ist denn Rabe, bitteschön? So. Betäubung. Und das? Bär, wann kommt er nach? Feuerwiderstand. Und? Oh, hier oben sind wir auch schon irgendwie. Keine Ahnung, warum. Also, das können wir da irgendwas nehmen. Kampfbereit. Äh, wir kommen mit einem gefüllten Adrenalinfeld. Der T-Stick gut an, ne? Schildmeister. Perfekte Parade. Heidrun. Heidrun Stoß. Um. Du, ich bin RT. Da entgegen, wenn er möchte. Knie Stoß. Was ist das hier? Langschiff Schildweil. Aha. Und das? Na. Auch alles Statt hier oben, aber wieder alles Bären, ne? Warte mal. Schwer. Verringt den Schaden von gegen den schweren Angriffen. Schaden. Oder roten Effekt. Was ist denn, was ist ein frohstloser Sprung? Sessativitärer Sprungangriff? Hm. Da kommen wir noch gar nicht hin, ne? Oder? Ne. Ne, können wir noch nicht. Müssen wir, glaube ich, erst D machen, ne? So. Äh. Ja, ich bin so unentschlossen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber vielleicht finden wir, warte mal, weiter raus. Blau. Was ist denn alles mit blau gemeint? Schleichende Kundschafte? Ja. Ja. Hm. Fliegel. Aber sie wäre schon vorhin. Fliegeln. Wo ist Gesundheit? Ach, zurücksetzen. Ne. Äh. Ein Herz ist Gesundheit. Okay. Das ist auch kompliziert aufgebucht. Ehrlich. Ehrlich mal. Fähnen. Müssen wir erst D machen, ne? Ach komm, wir machen jetzt mal so. Wo war das hier jetzt? Bogen-Nahkampf-Wechsel. Wenn wir zwischen Bogen und Nahkampf-Ankampf-Wechsel richtest du für kurze Extraschalen an. Oha. Wo war das hier? Und dann kommt der, ne? Aten-Touch. Ja komm, wir machen. So, wir sind fertig. Oh Mann. Das ist schon wieder. Tut mir leid, Jungs, dass ich das hier so... Ist ungewollt, ne? Dass ich das hier in der Länge ziehe. Will ich gar nicht haben. Äh, hier ist da was zu holen. Halskett-Silbe. Ich glaub, verkaufen kann man auch, ne? War das nicht so? Aua. So, erstmal wieder rauszuholen. Alles gut. die 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 sie müssen nach da ist ja nicht das können wir ja auch laufen, ne? Genau. Das Rennen? Das sieht gar nicht so nach Rennen aus. Oh, warum der immer jetzt neulich so so schnell hoch und runter geht? Weiß ich gar nicht. Ah, wieder verlaufen. Jo, jo. Hä? Ach, da. Da, 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 da. Oh, Buckingham. Die ist gut ausgerüstet. So viel steht fest. Das war ein guter Fang, Bursche. Und ein ziemlich blutiger. Mhm. Alles klar. So, sprechen wir mal. Ölkrüge, Rotenpfeile, Tierfutter. Nimm alles mit, was uns nützen kann. Verbrenn den Rest. Gedrick. Eivor, leben die Tane noch? Trotz aller Mühen haben nicht alle überlebt. Das waren alles gute Männer. Ich schwöre, ich werde Edwin ausweiden, um sie zu ehren. Und du und dein Bruder? Steht ihr noch an meiner Seite? Äh, ja. Mir gefällt deine direkte Art, Gedrick. Meine Axt und die meines Bruders gehören dir. Edwin hat sich in ihrer Feste verschanzt. Sie erwartet weitere Männer und Vorräte. Verflucht sei sie. Wo sind dein Bruder und sein seltsamer Freund? Sie suchen weiter nach dieser Frau, Fulke. Er scheint zu glauben, dass sie uns im Kampf gegen Edwin helfen kann. Ich verstehe bloß nicht, wie. Tu, was du tun musst, Eivor. Ich bereite die Männer, die ich habe, auf den Kampf vor. Ich eile zur feste Kühnebälle und stelle die Fürth für den Angriff auf. Edwins Burg ist stark und gut gesichert. Kann ich irgendwas tun, um ihren Griff um den Shir zu lockern? Oder um ihr Angst einzujagen? Ah, ein guter Gedanke. Du kannst ihre Fahnträger dezimieren, falls du welche siehst, und meine Fürth vor Angriffen schützen. Wir haben einige ihrer Vorräte gestohlen. Solltest du mehr Dinge wie diese finden, vernichte sie. Das werde ich. Wenn du bereit für den Kampf bist, such mich im Lager bei der feste Kühnebälle auf. Kühnebälle, ja. Okay, abgeschlossen. Oh, 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 oh. Mehr Requests angenommen. Wir sollten mal Fulke machen, ne? Oh, wieder zwei Fertigkeitspunkte. Wir sparen noch ein bisschen, ne? Ein Silberring. Finde Siegurt und sprich mit ihm. Er erwartet bei Linford an der Ostgrenze am Oxenadelfrontschirte. Am Nordufer der Großen Use. Mhm. Äh. Welt. So. Das war... Aber... Aber den Gegensatz, wir wollten ja zu Fulke, ne? Wo war Fulke? War das mal Quest? Pilgerreise nach St. Albans haben wir jetzt gekriegt und Untergraben. Schwäche, Lady Edwin, indem du ihr Versorgungsgüter vernichtest. Die Verstärkung angreifst und die Kettrix führt beschützt. Schwäche Edwings Einfluss. Okay. Heffnertor. Questliste einklappen. Ah. Irrleut. Irrischer Handel. Mhm. Alte. Wie viele Quests haben wir denn hier? Alter, wir müssen hier drin sein, ne? So. Stärke 55. Da hätten wir ja leicht zu spielen. Mit Heffnertor. So. Fremde mit Geschenken. Kehren nach Heffnertor zurück. In Heffnertor sind so ange... Äh. Große Geschenken. Na komm, machen wir mal, ne? Oder ist das... Äh. 160, 160, 100... Äh, 221. So viel haben wir noch gar nicht. Oh, 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 oh. Wo soll das denn alles hingehen? Oh, was ist das hier? Ah, die müssen wir ja noch töten, ne? Göm, kökselt schon, no, no. Die haben wir schon. Ach, die Hinweise müssen wir finden, damit wir sie erstmal aufdecken, ne? So wie er hier. Och man, das ist schon alles so lange her. So eine Weltkarte. Dö, 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 dö. Wo ist die Quest? Die ist... Da ist sie. Okay. Ne, Kapitel 1. Fremde mit Geschenken. Kapitel 1. Kehren nach Heffnertor. Das war doch unsere erste Siedlung. Wenn mich so recht entsinne. Okay, da können wir hinreisen. Ah, 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 ah. Okay. Das Horn kündet von einer Ankunft. Wer könnte es sein? Brief von Randwy. Evo. Zwei Besucher aus dem Frankenreich sind in Hafnertorp eingetroffen. Die eine ist eine junge nordische Kriegerin aus dem Clan von Jarl Sinkrig in Paris. Und der andere scheint ein Franke zu sein. Sie haben uns bereits als Geschenk ein Sinrigsbruder Siegfried, ein neues Gasthaus errichtet. Ich bin keine, keine Hälterin. Doch es ist offensichtlich, dass sie etwas von uns wollen. Die Kriegerin Tocca heißt sie, hat bereits nach die gefragt Rede mit den beiden, um herauszufinden, was sie wirklich wollen. Randvieh. Äh, Randvieh? War da oben, ne? Ja. Diese Art Besuch gefällt mir. Questverfolgung so, ne? Irische Handel trifft dich mit den Neuankömmlingen. Das wäre ja hier um die Eck. Pfeile haben wir voll, ne? Ne? Ah, war das nicht mit ihm, wo wir das aufwerten können? Weil ich musste echt nochmal alles wieder... Hallo! Äh, als du anzuspieten hast, was macht der Schmiedumzug oder? Zeigst du mir deine Waren? Ah, können wir kaufen, ne? Aufsehen in den, äh, Waffen. Ausrufen. Ausrufen. Abwerten. Erledigt. Wieso abwerten? Ich will nicht abwerten. Auf, erhöhen. Das ist ziemlich gut. Neuer Ruhenplatz kriegen wir damit. Und was müssen wir da für geben? Äh, Kosten. Ach, da unten. Kosten. Och Gott. Och Gott. Geht ja gar nicht. Haben wir nicht. Okay. Jetzt siehst du. Ja, ja. Tschö, tschö, tschö. Hm? Ach so. Nun muss ich gehen. Auf bald. Oh. Auf das, was dir da draußen dienlich ist. Ja, ja, ja. So. Soweit ich noch weiß, was ich hier oben ran finde. War nicht auch hier unten irgendwo die Nervesäge? Ich glaube, ne? Ja. Da sitzt der doch. Wo ist jetzt unser Haus? Das Langhaus. Ach da. Ja. Gab's denn nicht auch Trainingspuppen, wo man sich vorhin nochmal... Hä? Da kommt man ja seine Adrenalinschübe voll machen, ne? Genau. Genau. Machen wir mal. Ah ne. Da nicht. Okay. Mal hier. Wollen wir einen Attentat machen? Haha. Nicht dafür ausgeschieden, nein. So. Jetzt sind wir alle voll. Gut. Stimmt ja. Da war die... Möglichkeit sich das Ding da freizustellen. Hä? Was ist? Hallo? Jungs? Kinnings? Jetzt sind wir noch mal zum Einen. Einmal nicht. Äh. Wo war ran? Wie? Hier. Ne? Mal da 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 Genau! Grüße, ja! Ah, die Bündniskarte. Na klar. Aha, aha, aha. Abgeschlossen. Das haben wir noch alles zu machen. Empfohlen, stellen wir uns. Oh, ja, ja. Alles klar. Alles klar. Das haben wir schon alles, okay. Ich habe es mir anders überlegt. Äh, habe es mir anders überlegt. Ja, genau. Ich sollte gehen. Ich sollte gehen. Was ist das hier? Randfies, Randfies, Aufgaben, Wohadan, Willmehr, Salz, Vieh, Pferde. Teddler sagt, Räumgier sei morgens zu laut, mit Petra über Morum sprechen. Ah, nee, dadadada, okay. What's that? Randfie, eine Bekanntschaft aus meinem Teil der Welt, lebt nun in Irland. Sie hofft, ein Hallensbündnis zwischen uns und doch stehen zu spielen. Äh, das war der Knabe, ne? War der hier, der, 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 der Knabe, so. Äh, so. So. Koppelig hier rum. Festmahl machen. Beginn. Komm, machen wir mal. Festmahlstärkung, Gesundheit. Und das hält, glaube ich, eine gewisse Zeit, ne? Kosten 50, wir haben 1850. Ja, komm, zum Schluss machen wir dann mal. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Für Tipps und Tricks bin ich gerne zu haben. Haut in die Tasten. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Terra. Ich mach aber erst das Festmahl. Hä? Äh, 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 äh. Ah, so war das alles. Äh, äh, äh. So, jetzt aber. Bye, bye.